Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute mit mir, dem Ubi und einem dreckigen Testwagen. Es tut mir echt leid, dass er etwas schmutzig geworden ist. Nichtsdestotrotz, aber er kommt mit einer wesentlich wichtigeren Botschaft nämlich daher. Was ihr hier seht, ist der Dacia Jogger. Das wohl modernste und aktuell auch größte Fahrzeug, das der rumänische Hersteller im Portfolio hat. Mit bis zu sieben Sitzen, das echte Familienauto. Und warum ich jetzt hier so an der Front stehe, ist im Prinzip dieses Logo, denn das wird jetzt hier in Kürze ersetzt werden. Dazu bin ich nämlich mit diesem Auto hier nach Paris gereist. Und da würde ich euch jetzt ganz gerne mit auf eine kleine Exkursion geben, wie der Dacia Jogger jetzt demnächst aussehen wird. Und was es für ein durchaus cleveres Detail jetzt für euch da draußen geben wird. Wenn euch das Ganze jetzt gefällt, dann abonniert diesen Kanal. Vergesst nicht euer Like zu geben und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox zu hinterlassen. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem Dacia Jogger. Der Dacia Jogger ist eines der beliebtesten Modelle im Line-Up der rumänischen Marke Dacia. Er bietet nämlich die einzige Möglichkeit, aktuell im Konzern sieben Personen in einem Fahrzeug zu befördern. Optional erhältlich sind eben zwei zusätzliche Sitze, die man in den Kofferraum easy einbauen kann und auch wieder ausbauen kann. Und wir haben hier auch als Motoren relativ sparsame Dreizylinder-Turbo-Triebwerke mit 1 Liter Hubraum. 110 PS im Maximum. Der Einstieg beginnt bei 90 PS. Und für diejenigen, die sparen wollen, gibt es auch eine Autogas-Variante mit 100 PS. Den Jogger hat Dacia jetzt leicht modifiziert. Leicht in dem Fall, denn die einzige Modifikation, die es wirklich gab, die bezieht sich hier auf den Frontgrill, der jetzt einen neuen Einsatz bekommen hat und das komplett neue Marken-Logo. Ein sogenannter Link soll es sein. Also man möchte hier quasi die Marke mit dem Kunden weiter verlinken und sich auch mit der Umwelt quasi vernetzen. Schauen wir uns den Wagen einmal an, wie wir sehen. Das ist eine Mischung aus Crossover mit rustikalen Elementen hier an der Seite und einem typischen Kombi mit einer variablen Dachreling, die wir hier haben. Und der größte Vorteil ist natürlich der Kofferraum, der beim Jogger riesig ist. Wir sehen jetzt hier die 7-Sitzer-Variante. Hier recht einfach, ich mache das mal, können wir das einmal umlegen. Und wenn man das Ganze natürlich mal richtig gut nutzen möchte, bietet Dacia jetzt eine Möglichkeit oder demnächst eine Möglichkeit, das Ganze auch richtig gut zum Outdoor-Camping zu benutzen. Denn es soll einen Ausbau geben für den Kofferraum, damit man in dem Fahrzeug optimal schlafen kann. Wie das ausschaut, das werden wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Wir stehen jetzt hier vor einem Terracotta-farbenen Dacia Jogger Extreme Plus. Und wir sehen auch hier schon die neuen Markenlogos untergebracht. Es hat sich hier im Grunde ja nichts verändert äußerlich, außer wir sehen jetzt hier zum ersten Mal eben die angesprochene Dachbox montiert und dies auch auf dieser variablen Dachreling, die hier ummontiert wurde. Das Wesentliche aber sehen wir hier hinten dran. Wir haben jetzt einen Zeltaufbau, den Dacia ab Werk dann anbieten möchte als Zubehör. Also sozusagen das Zubehörprogramm wird jetzt erweitert, auch noch Richtung Outdoor. Und wir sehen hier am Jogger erst einmal eigentlich nichts Auffälliges, außer eben den neuen Markenschriftzug. Öffnen wir dann die Heckklappe, wird dieser Teil des sogenannten Ausbaus. Wir sehen jetzt hier einen Bettausbau, der hier drinnen ist. Das Ganze ist zurückklappbar. Wir haben eine Länge von 1,90 Meter, also optimale Liegelänge und zwischen den Türen maximal 1,30 Meter Raum. Und somit kann man auch zu zweit gut darin nächtigen, würde ich einfach mal sagen. Zudem diese Holzbox ist so variabel, dass sie auch komplett rückbaubar ist. Man kann also den Wagen dann als Fünfsitzer komplett nutzen. So, und dann gibt es die Möglichkeit eben hier unter dieser Holzbox, wenn man das entsprechend aufklappt, dann sehen wir, dass wir hier unten auch einen großen Stauraum haben, wo wir zum Beispiel auch Frischwassertank oder ähnliches einbauen könnten, sodass wir dann auch ganz autark einfach mal ein, zwei Tage ganz easy an einem Campingplatz verbringen können. Was das Ganze jetzt allerdings kostet, das verrät Datscher uns derzeit noch nicht. Wir müssten da einfach spekulieren, das würde ich jetzt ungern heute tun. Aber schreibt mir gerne mal unten in die Kommentarbox, was ihr dazu sagt. Ist das für euch etwas und was wärt ihr bereit dafür zu zahlen? Mich würde es interessieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Obi. Ich bin ein wunderschönen Tag.